Juhu! Das sitzt ja total falsch. Gewicht davon. Perfekt. Ach, geht doch ganz voll. Super. Wow. Und das mit Sattel unten. Rollenassen, genau. Hallo, Conny. Hallo, Anke. Juhu! Links. Andreas, haben wir Willi. Jetzt hier. Geil, geil, geil. Yay, yay, yay. Super, mein Junge. Das Vito kostet 50 Euro. 50. Hallo. Hallo. Voll. Voll. Wo ist ein Stückchen rumbiegen? Ahja. Dann findest du irgendwo einen Meisterschluss. Ich hab so einen geilen Aufkleber. Von S&P, der steht drauf. Kato ist ausgegangen. Oh Mann. Meins auch. Perfekt Conny. Super, super. Jetzt kommt der Alex hier. Fullspeed. Hopp, 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 hopp. Da war wir. Da war wir. Andreas hat gefilmt. Sowas ist nicht. Das merkst du nicht. Absolut. Das auch, weiß nicht. Konnte ich das nicht sagen, weil ich einfach weg wollte. Da war mir jetzt aber gleich wieder rein. Ah. Nee. Also zieh mich hier in den Bereich. Ja, dann können wir nicht alles auffahren. Super, jawoll. Danke. Hoi. Cool. Jetzt kommt Conny. Ich komme ganz langsam. Joi. Wo geht das lang? Hier. Das habe ich nicht gesehen, wo es lang geht. Das war's. Das war's.